Hallo Freunde, ich grüße heute mal den Camping Harry und die Blonde von der Tankstelle. Die haben heute Besuch von Hans und Hilde und natürlich die Kinder. Ja, ganz lieb grüße ich auch Maria Magdalena Hildejagd von Feuerstein aus Schwalmtal. So Freunde, jetzt sage ich euch mal schöne Grüße zum Campingplatz und macht euch einen schönen Tag beim Camping Harry und die Blonde von der Tankstelle. Das Wetter ist ja so einigermaßen, da kann man ja auch was unternehmen, ne. Genauso sieht es aus. Da hat das Nele natürlich auch was davon, wenn das mal an das Wasser gehen kann, wenn da Wasser sein sollte. Sonst kommt das ja von oben herunter. Genauso sieht es aus, Freunde, da draußen. Jetzt sage ich euch noch schöne Grüße vom Jockey aus Wigradberg. Und er war wieder live für euch dabei bei YouTube. Für euch immer Freunde. Schönen Tag noch und einen schönen, schönen, sonnigen Tag. Für euch dein Holland.